Liebe Freunde von heute, sehen wir hier den Adler. Gestern sind wir leider abgestürzt. Vermute, das Problem war irgendwie in der Anlage, dass ich das Modell komplett neu aufgerufen habe, umprogrammiert habe, beziehungsweise das Modellmenü anders aufgerufen habe. Und weil ich vorhin ein anderes Modell programmiert hatte, der mir hier den Flug auf Revirs gescheiten hat, ganz komisch. Das Phänomen hatte ich schon mal gehabt. Und ja, ihr könnt euch noch mal angucken. Zwei Servos, die hier quasi das V-Leitwerk betätigen und hier der Propeller. So, jetzt noch die Tragflächen drauf geschnallt. So, jetzt kommt das Wind auf. So, jetzt geht'sst du. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's, k Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.